Der Narr liest seine Abschiedsvorstellung, ein Sherlock-Holmes-Epilog von Sir Arthur Conan Doyle. Es war abends um neun Uhr am 2. August, jenem schrecklichsten August der Weltgeschichte. Man hätte sich da schon denken können, dass Gottes Fluch schwer dreuend über einer degenerierten Welt hing, denn eine furchterregende Stille und eine ungewisse Vorahnung erfüllten die Schwüle von keinem Windhauch bewegte Luft. Die Sonne war längst untergegangen, nur fern im Westen klaffte ein blutroter Spalt wie eine offene Wunde am Horizont. Oben glänzten hell die Sterne, und unten funkelten die Schifffahrtslichter in der Bucht. Die beiden berühmten Deutschen standen an der Steinbrüstung der Gartenpromenade hinter sich das langgestreckte, niedrige, plumpgiebelige Haus und blickten hinab auf den weiten Bogen des Strandes am Fuße des hochaufragenden Kalksteinkliffs, auf dem von Borgs sich vor vier Jahren gleich nach einem durchziehenden Adler vorübergehend niedergelassen hatte. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt und unterhielten sich in gedämpftem, vertraulichem Ton. Von unten hätte man die glimmenden Enden ihrer Zigarren für die glühenden Augen eines bösen Dämones halten können, der in die Dunkelheit hinabstarrte. Ein bemerkenswerter Mann, dieser von Borg, unter all den treu ergebenen Agenten des Kaisers gab es kaum seinesgleichen. Von Anfang an waren es seine Talente gewesen, die ihn für die Mission in England, die wichtigste von allen, empfohlen hatten, aber seit er sie übernommen hatte, waren diese Talente immer augenfälliger geworden für jene Handvoll Leute, die wirklich wussten, was gespielt wurde. Einer davon leistete ihm gegenwärtig Gesellschaft, Baron von Herling, der oberste Rat der deutschen Botschaft, während sein riesiger, hundertpferdestarker Benz die Landstraße versperrte und darauf wartete, seinen Eigentümer wolkensanft nach London zurückzutragen. »Soweit ich die Entwicklung der Ereignisse abschätzen kann, werden Sie vermutlich noch vor Ende dieser Woche wieder in Berlin sein«, sagte der Botschaftsrat. »Ich denke, Sie werden überrascht sein von dem Empfang, den man Ihnen, mein lieber von Borg, bei Ihrer Rückkehr bereiten wird. Ich weiß nämlich zufällig, was man in höchsten Kreisen von Ihrer Arbeit hier in diesem Land hält.« Er war ein mächtiger Brocken von einem Mann, der Sekretär, groß, breit und dick zugleich, und er hatte eine bedächtige und nachdrückliche Art zu sprechen, die der stärkste Trumpf seiner politischen Laufbahn gewesen war. Von Borg lachte. »Sie sind nicht sonderlich schwer, hinters Licht zu führen«, versetzte er. »Ein duldsamer und unkomplizierteres Volk als diese Engländer kann man sich kaum vorstellen.« »Da bin ich mir nicht so sicher«, entgegnete der andere nachdenklich. »Es gibt bei Ihnen seltsame Grenzen, und man muß lernen, diese zu wahren, und gerade diese scheinbar Unkompliziertheit wird dem Fremden zur Falle. Auf den ersten Blick scheinen sie durch und durch weich und nachgiebig, dann aber trifft man unversehens auf etwas äußerst Hartes, und dann weiß man, daß man an eine dieser Grenzen gestoßen ist und daß man sich damit abfinden muß. Zum Beispiel haben sie ihre ganz eigenen insularen Konventionen, an die man sich ganz einfach halten muß. »Sie meinen den guten Ton und dergleichen mehr?« Von Borg seufzte wie jemand, der schon allerhand über sich hat ergehen lassen müssen. »Ich meine die ungeschriebenen Gesetze der Engländer in all ihren seltsamen Erscheinungsformen. Ich möchte hier als Beispiel einen meiner schlimmsten Schnitzer anführen, Ihnen gegenüber, der sie meine Arbeit gut genug kennen, um sich meiner Erfolge bewusst zu sein, kann ich es mir ja ruhig leisten, von meinen Schnitzern zu sprechen. Es war kurz, nachdem ich hier angekommen war. Ich war zu einer Wochenendzusammenkunft im Landhaus eines Kabinettsministers geladen. Die Gespräche waren von einer ganz erstaunlichen Indiskretion. Von Borg nickte. »Ich war auch schon dort«, sagte er trocken. »Ja, ganz recht. Nun, natürlich sandte ich ein Resümee der so erhaltenen Informationen nach Berlin. Unglücklicherweise ist unser guter Kanzler ein wenig plump in solchen Dingen und ließ irgendwo eine Bemerkung fallen, aus der hervorging, dass er vom Inhalt der Gespräche wußte. Und dies führte natürlich in direkter Linie zu mir. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mir diese Sache geschadet hat. Bei dieser Gelegenheit war von der Weichheit unserer englischen Gastgeber überhaupt nichts zu spüren, das können Sie mir glauben. Zwei Jahre brauchte ich, um die Scharte auszuwetzen. Sie hingegen mit Ihrer Sportlerpose. Halt, halt! Sprechen Sie nicht von Pose. Eine Pose ist etwas Künstliches. Für mich hingegen gibt es nichts Natürlicheres. Ich bin ein eingefleischter Sportsmann. Ich liebe den Sport. Nun, das macht die Sache um so überzeugender. Sie segeln mit Ihnen um die Wette. Sie gehen mit Ihnen auf die Jagd. Sie spielen Polo. Sie spielen bei jedem Spiel Ihren Mann. Und mit Ihrem Viergespann könnten Sie den Siegespreis im Olympia erringen. Ja, ich habe sogar gehört, dass Sie so weit gehen, sich mit den jungen Offizieren im Boxen zu messen. Und was ist das Resultat von alledem? Kein Mensch nimmt Sie so richtig ernst. Sie sind ein netter Kumpel. Ein ganz patenter Kerl für einen Deutschen. Ein Zechbruder, Nachtschwärmer, Herumtreiber und junger Heißsporn. Und dabei geht die Hälfte all dessen, was in England an Unheil gestiftet wird, von diesem ruhigen Landhaus hier aus. Und der sportliche Gutsherr ist der gerissenste Geheimagent ganz Europas. Genial, mein lieber von Borg. Wirklich genial. Sie schmeicheln mir, Baron. Wenn ich andererseits auch gewiss mit Recht bemerken darf, dass die vier Jahre, die ich in diesem Land verbracht habe, nicht ganz unergiebig gewesen sind. Ich bin gar nie dazu gekommen, Ihnen mein kleines Lager zu zeigen. Wenn Sie für einen Augenblick mit mir hineingehen möchten? Von seinem Arbeitszimmer führte eine Tür direkt auf die Terrasse hinaus. Von Borg stieß sie auf und knipste im Vorangehen das elektrische Licht an. Dann schloss er die Tür hinter der massigen Gestalt, die ihm folgte, und zog den schweren Vorhang sorgfältig vor das vergitterte Fenster. Erst als all diese Vorsichtsmaßnahmen getroffen und überprüft waren, wandte er sein sonnenverbranntes, adlerartiges Gesicht wieder seinem Gast zu. »Ein Teil meiner Unterlagen ist schon nicht mehr hier«, sagte er, »als meine Frau und die übrigen Haushaltsmitglieder gestern nach Flasching abgereist sind, haben Sie die weniger Wichtigen mitgenommen. Für den Rest muss ich selbstverständlich den Schutz der Botschaft in Anspruch nehmen.« Ihr Name figuriert bereits auf der Liste des persönlichen Gefolges. Weder Sie noch Ihr Gepäck haben irgendwelche Schwierigkeiten zu gewärtigen. Natürlich ist es immer noch möglich, dass wir gar nicht gehen müssen. »Es könnte ja sein, dass England Frankreich seinem Schicksal überlässt. Wir sind ganz sicher, dass zwischen den beiden Staaten kein verbindliches Abkommen besteht.« »Und Belgien?« »Belgien desgleichen.« Von Borg schüttelte den Kopf. »Das kann ich mir nicht vorstellen. Da gibt es einen eindeutigen Vertrag. Das wäre eine Demütigung, von der England sich nie wieder erholen würde. Aber dafür hätte es für den Moment seine Ruhe. Und seine Ehre?« »Pah, mein lieber Freund.« »Wir leben in einem Zeitalter des Nützlichkeitsdenkens. Ehre ist ein Begriff aus dem Mittelalter. Zudem ist England gar nicht vorbereitet. Es ist kaum zu glauben, aber nicht einmal die Sondersteuer für Rüstungszwecke von über 50 Millionen, die unsere Pläne so deutlich gemacht haben müsste, wie wenn wir sie auf der Titelseite der Times bekannt gegeben hätten, hat dieses Völkchen aus dem Schlaf geweckt. »Hie und da taucht einmal eine Frage auf. Darauf muss ich dann eine Antwort finden. Hier und da zeigt sich jemand irritiert. Den muss ich dann besänftigen. Aber ich kann Ihnen versichern, was das Wesentliche anbelangt. Munitionsvorräte, Vorbereitungen auf einen U-Boot-Krieg, die Produktion hochexplosiver Sprengstoffe, ist nichts vorbereitet. Wie sollte England also eingreifen können, zumal wir Ihnen noch so ein teuflisches Süppchen eingebockt haben aus irischem Bürgerkrieg, Fenster zertrümmernden Furien und weiß Gott, was sonst noch für Inkredenzien? Das dürfte sie erst mal im eigenen Land beschäftigt halten. Aber England muss doch auch an seine Zukunft denken. Ah, das ist ein anderes Kapitel. Was die Zukunft betrifft, so haben wir mit England doch wohl feste Pläne, und da dürften ihre Informationen von größter Wichtigkeit für uns sein. Für Mr. John Bull heißt es heute oder morgen. Sollte ihm heute lieber sein, so sind wir bestens gerüstet. Sieht er morgen vor, sind wir noch besser gerüstet. Ich persönlich würde meinen, sie täten besser daran, zusammen mit Verbündeten zu kämpfen statt allein, aber das ist ihre Sache. Diese Woche noch wird sich ihr Schicksal entscheiden, aber sie wollten von ihren Unterlagen sprechen. Er saß behaglich seine Pfeife schmauchend in einem Lehnstuhl, und auf seinem großen, blanken Schädel widerspiegelte sich das Licht. Im hinteren Teil des geräumigen, eichenholzgetäfelten, von Büchern gesäumten Zimmers hing ein Vorhang von der Decke. Als dieser beiseite gezogen wurde, kam ein großer, messingbeschlagener Safe zum Vorschein. Von Borg löste einen kleinen Schlüssel von seiner Uhrkette, und nach einigen komplizierten Manipulationen am Schloss schwang die massive Tür endlich auf. »Sehen Sie sich das an!«, sagte er, ein wenig zurücktretend mit einladender Geste. Helles Licht fiel in den offenstehenden Safe, und der Botschaftsrat blickte mit gebanter Aufmerksamkeit auf die Reihen vollgepfropfter Fächer in seinem Inneren. Jedes Fach war beschriftet, und als er seinen Blick daran entlangschweifen ließ, konnte er eine endlose Reihe von Ordnungswörtern wie Furten, Hafenverteidigungsanlagen, Flugzeuge Irland, Ägypten, Befestigungsanlagen Portsmouth, Ärmelkanal, Rosythe und vielen anderen Meerentziffern. Jedes einzelne Abteil war zum Bersten voll mit Unterlagen und Plänen. »Kolossal!«, sagte der Botschaftsrat, legte seine Zigarre hin und klatschte mit seinen feisten Händen gedämpft Beifall. »Und all dies innerhalb von vier Jahren, Baron, gar keine schlechte Leistung für einen Landjunker, der nichts anderes im Kopf hat als Trink und Pferde. Aber das kostbarste Juwel meiner Sammlung kommt erst noch. Die Fassung dafür ist allerdings schon vorbereitet.« Er deutete auf ein Fach, über dem in Drucklettern Flottensignale geschrieben stand. »Aber Sie haben ja schon ein ganz anständiges Dossier beisammen.« »Alles überholt und zu Bakulatur geworden. Aus irgendeinem Grund hat die Admiralität Lunte gerochen, und jeder einzelne Code ist verändert worden. Das war eine herbe Enttäuschung, Baron, der schlimmste Rückschlag während meiner ganzen Unternehmung. Aber dank meinem Scheckbuch und dem wackeren Altamont wird die Sache heute Abend wieder im Lot sein.« Der Baron warf einen Blick auf seine Uhr und stieß einen kehligen Laut der Enttäuschung aus. »Jetzt kann ich wirklich nicht länger warten. Sie können sich gewiss vorstellen, dass sich bei uns in Carlton Terrace einiges tut und wir deshalb alle auf unseren Posten sein müssen. Ich hatte allerdings gehofft, mit Nachrichten von ihrem großen Kuh dorthin zurückkehren zu können. Jetzt kann ich wirklich nicht länger warten. Sie können sich gewiss vorstellen, dass sich bei uns in Carlton Terrace einiges tut und wir deshalb alle auf unseren Posten sein müssen. Ich hatte allerdings gehofft, mit Nachrichten von ihrem großen Kuh dorthin zurückkehren können. Hat Altamont denn keine Uhrzeit genannt?« Von Borg schob ihm ein Telegramm zu. »Komme garantiert heute Abend und bringe neue Zündkerze. Altamont.« »Zündkerze? Was soll denn das? Wissen Sie, er gibt sich als Automobilfachmann aus, und ich habe eine reich bestückte Garage. In unserem Code trägt alles, was zur Sprache kommen könnte, den Namen irgendeines Ersatzteils. Spricht er von einem Kühler? So ist ein Schlachtschiff gemeint, eine Ölpumpe ist ein Kreuzer, und so fort. Und Zündkerzen sind Flottensignale. »Heute Mittag in Portsmouth aufgegeben,« bemerkte der Botschaftsrat, der den Absender genauer betrachtet hatte. »Wie viel bezahlen Sie ihm übrigens?« »Für diese spezielle Aufgabe 500 Pfund. Aber natürlich bezieht er außerdem ein Fixum.« »Ein raffinierter Gauner. Nützlich sind Sie zwar, diese Verräter, doch ich missgönne Ihnen Ihr Blutgeld.« »Ich missgönne Altamont nichts. Er leistet großartige Arbeit, wohl bezahle ich ihn reichlich, aber dafür macht er auch die Ware rüber, um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken. Im Übrigen ist er kein Verräter. Ich kann Ihnen versichern, unser pangermanischster Junker ist, was seine Gefühle gegenüber England betrifft, eine zahme Taube im Vergleich mit einem wirklich erbitterten irisch-Amerikaner.« »Ah, er ist irisch-Amerikaner.« »Wenn Sie ihn sprechen hörten, würden Sie keinen Moment daran zweifeln.« »Ich sage Ihnen, manchmal verstehe ich ihn kaum. Er scheint dem Englisch des Königs ebenso den Krieg angesagt zu haben wie dem englischen König. Müssen Sie wirklich gehen? Er sollte jeden Moment hier sein.« »Nein, bedauere, aber ich bin jetzt schon zu lange geblieben. Wir erwarten Sie also morgen in aller Frühe, und sobald sich einmal die kleine Tür bei der Duke-of-York-Treppe hinter diesem Kotbuch geschlossen hat, können Sie ein triumphales Fini unter Ihre Arbeit in England setzen.« »Hass, Tokaja?« Er deutete auf eine dick versiegelte, verstaubte Flasche, die neben zwei langstieligen Gläsern auf einem Tablett stand. »Darf ich Ihnen ein Glas davon anbieten, ehe Sie sich auf die Reise machen?« »Nein, danke. Aber es sieht nach einer Feier aus.« »Altamon hat einen recht guten Geschmack in Sachen Wein und hat an meinem Tokaja Gefallen gefunden. Er ist ein empfindlicher Bursche und will stets durch kleine Aufmerksamkeit bei Laune gehalten werden. Ich muss ihn mit Samthandschuhen anfassen. Das können Sie mir glauben.« Sie waren wieder auf die Terrasse hinausgetreten und schlenderten bis zu deren entferntem Ende, wo der große Wagen des Barons auf einen Handgriff des Chauffeurs hin zu tuckern und beben begann. »Das da drüben müssen wohl die Lichter von Hartwich sein?« sagte der Botschaftsrat, indem er in seinen Staubmantel schlüpfte. »Wie still und friedlich alles scheint! Und doch könnten hier binnen einer Woche andere Lichter aufleuchten und die englische Küste sehr viel weniger ruhig sein. Und selbst das Himmelszelt dürfte dann nicht mehr ganz so friedlich aussehen, wenn die Versprechungen des wackeren Zeppelin Wahrheit werden. Übrigens, wer ist das hier?« Nur ein kleines Fenster im Haus hinter ihnen war erleuchtet. Das Licht kam von einer Lampe auf dem Fensterbrett, und daneben an einem Tisch saß eine alte Frau mit einer bäurischen Haube und einem gutmütigen, rotbäckigen Gesicht. Sie war über ihre Strickarbeit gebeugt und hielt hin und wieder inne, um die große schwarze Katze zu streicheln, die neben ihr auf einem Schemel saß. »Das ist Martha, die einzige Bedienstete, die noch hier geblieben ist.« Der Botschaftsrat schmunzelte. »Fasst schon! Eine Verkörperung der Britannia!« sagte er, mit ihrer vollständigen Selbstvergessenheit und diesem Gefühl behaglicher Stäfrigkeit. »Nun aber au revoir, von Borg!« Mit einem letzten Winken sprang er in den Wagen, und einen Augenblick später schossen die beiden goldenen Lichtkegel der Scheinwerfer bereits durch die Dunkelheit davon. Der Botschaftsrat ließ sich in die Polster seiner Luxuslimousine zurücksinken, und der Gedanke an die bevorstehende europäische Tragödie nahm ihn so sehr gefangen, dass er kaum bemerkte, dass sein Wagen, als sie im Dorf um eine Ecke bogen, um ein Haar, einen kleinen Fort gerammt hätte, der ihnen entgegenkam. Als sich das letzte Aufblinken der Autolichte in der Ferne verloren hatte, schritt von Borg gemächlich zu seinem Arbeitszimmer zurück. Im Vorbeigehen registrierte er, dass die alte Haushälterin ihre Lampe gelöscht und sich zurückgezogen hatte. Die Stille und die Dunkelheit seines weitläufigen Hauses waren eine neue Erfahrung für ihn, denn bisher war er von einer großen Familie und Dienerschaft umgeben gewesen. Er verspürte indessen Erleichterung bei dem Gedanken, dass sie sich alle in Sicherheit befanden, und dass er, abgesehen von dieser alten Frau, die sich in der Küche aufgehalten hatte, nun das Haus ganz für sich allein hatte. Es gab eine ganze Menge aufzuräumen in seinem Arbeitszimmer, und so machte er sich ans Werk, bis sein intelligentes, gut geschnittenes Gesicht von der Hitze des brennenden Papiers mit Röte übergossen war. Neben seinem Schreibtisch stand eine lederne Reisetasche, und in diese begann er nun fein säuberlich und systematisch den kostbaren Inhalt seines Safes zu packen. Er hatte indessen kaum Recht damit angefangen, als ein fernes Wagengeräusch an sein wachsames Ohr drang. Mit einem Ausruf der Befriedigung schnallte er die Reisetasche zu, schloss den Safe, sicherte das Schloss und eilte hinaus auf die Terrasse. Er kam gerade recht, um die Lichter eines kleinen Wagens vor der Gartenpforte zum Stillstand kommen zu sehen. Ein Passagier sprang heraus und kam rasch auf ihn zugesteuert, während der Chauffeur, ein kräftig gebauter älterer Mann mit einem grauen Schnurrbart, es sich darin bequem machte wie jemand, der sich auf eine lange Nachtwache gefasst macht. »Nun«, rief von Borg begierig, während er seinem Besucher entgegenlief. Zur Antwort schwenkte der Mann ein kleines, in Packpapier eingeschlagenes Paket über dem Kopf. »Heut Abend können Sie den roten Teppich für mich ausrollen, Mister«, schrie er. »Das letzte Schäfchen ist nun auch im Trocknen.« »Sie haben die Codes?« »Ganz, wie es in meinem Telegramm steht. Jeden ohne Ausnahme. Flaggenzeichen, Lichtsignale, Funkcode. Natürlich bloß eine Kopie davon, nicht etwa das Original. Das war zu gefährlich. »Aber alles der wahre Jakob, darauf können Sie Gift nehmen.« Er klopfte dem Deutschen mit einer derben Vertraulichkeit auf die Schulter, was diesen zusammenzucken ließ. »Kommen Sie herein,« sagte von Borg. »Ich bin ganz allein zu Hause. Ich habe nur noch auf dies hier gewartet. Selbstverständlich ist eine Kopie besser als das Original. Wenn Ihnen ein Original abhanden käme, würden Sie das Ganze sofort wieder ändern. Und Sie denken, mit dieser Kopie ist alles in Ordnung?« Der irisch-Amerikaner war ins Arbeitszimmer getreten und streckte nun, im Lehnstuhl sitzend, seine langen Gliedmaßen von sich. Er war ein hochgewachsener, hagerer Mann um die sechzig, mit scharf geschnittenen Zügen und einem kleinen Boxbärtchen, das ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit den Karikaturen von Uncle Sam verlieh. In seinem Mundwinkel hing eine zur Hälfte gerauchte, durchnässte Zigarre, und als er sich setzte, entzündete er ein Streichholz und steckte sie wieder in Brand. »Alles zum Aufbruch bereit, was?« versetzte er, sich im Zimmer umsehend. »Na nun, Mister!« fügte er hinzu, als sein Blick auf den Safe fiel, von dem der Vorhang noch immer zurückgezogen war. »Sie wollen doch hoffentlich nicht sagen, dass Sie Ihre Papiere in diesem Ding da aufbewahren.« »Warum denn nicht?« »Heiliger Strohsack, das Ding ist ja das reinste Scheunentor, und dabei hält sie alle Welt für ein 1A-Spion, lieber Gott, den knackt Ihnen jeder Yankee-Gauner mit einem Büchsenöffner. Wenn ich das geahnt hätte, dass auch nur ein einziger Brief von mir in so einem Ding rumliegen würde, wäre ich nicht so blöd gewesen, ihn überhaupt zu schreiben.« »Diesen Safe aufzubrechen, würde jedem Gauner ganz schöne Schwierigkeiten machen,« entgegnete von Borg. »Es gibt kein Werkzeug, mit dem sich dieses Metall kleinkriegen lässt.« »Aber das Schloss!« »Nein, es handelt sich um ein doppeltes Kombinationsschloss. Wissen Sie, was das ist?« »Kein Schimmer,« erwiderte der Amerikaner. »Nun, man muss sowohl ein Wort als auch eine Zahlenkombination einstellen, um das Schloss aufzukriegen.« Er hob sich und zeigte auf zwei drehbare Skalen um das Schlüsselloch. »Die äußere da ist für die Buchstaben und die innere für die Zahlen.« »Schon gut, ganz nett.« »Die Sache ist also nicht ganz so einfach, wie Sie angenommen haben. Ich habe sie mir schon vor vier Jahren installieren lassen. Was glauben Sie wohl, was für ein Wort und was für eine Zahl ich ausgewählt habe?« »Keine Ahnung.« »Nun, ich habe mich für das Wort August und die Zahl 1914 entschieden, und da wären wir jetzt.« Das Gesicht des Amerikaners spiegelte Erstaunen und Bewunderung. »Mensch, so was von gerissen. Sie haben's haarscharf getroffen. Ja, einige unter uns waren damals schon imstande, das genaue Datum vorauszusagen. Jetzt ist es da, und morgen früh mache ich hier den Laden dicht.« »Nun, ich schätze, dann müssen Sie auch mir ein sicheres Plätzchen besorgen. Ich habe nicht vor, Mutterseelen allein in diesem gottverdammten Land zu sitzen. Wenn ich recht sehe, geht es noch eine Woche, oder nicht einmal, dann wird John Bull sich auf die Hinterbeine stellen und wie wild um sich schlagen. Das möchte ich mir lieber von jenseits des großen Teichs mit ansehen. Aber Sie sind doch amerikanischer Staatsbürger.« »Na ja, das war Jack James auch, ein amerikanischer Staatsbürger, und trotzdem sitzt der jetzt in Portland ein. Da schert sich ein englischer Bulle doch den Dreck drum, wenn ich ihm sage, dass ich amerikanischer Staatsbürger bin. Hier sind wir in England, und hier gilt englisches Recht und Gesetz. Würde mir sagen.« »Übrigens, Mister, wo wir grad bei Jack James sind, mir scheint, Sie machen nicht grad viel, um Ihre Leute zu decken.« »Was wollen Sie damit sagen?« fragte von Borg scharf. »Na ja, Sie sind doch der Arbeitgeber von denen oder etwa nicht. Dann müssen Sie sich auch drum kümmern, dass Sie nicht unter die Räder kommen.« »Aber Sie kommen unter die Räder. Und wann hätten Sie je einem wieder aufgeholfen?« »Da wäre mal James.« »Es war James' eigene Schuld. Das wissen Sie so gut wie ich, er war zu eigensinnig für diese Arbeit.« »James war ein Holzkopf, da haben Sie recht.« »Dann kam die Sache mit Hollis. Der Mann war verrückt.« »Na ja, gegen den Schluss zu, ist er ein bisschen wirr im Kopf geworden. Aber kein Wunder, dass einer durchdreht, wenn er von morgens früh bis abends spät eine Rolle spielen muss, wo hundert Kerle um ihn rum sind, die nur darauf warten, ihm die Bullen auf den Hals zu hetzen. Aber jetzt auch noch Steiner.« Von Borg fuhr heftig zusammen, und sein rotes Gesicht wurde um eine Nuance blasser. »Was ist mit Steiner?« »Na ja, Sie haben ihn geschnappt, das alles. Gestern Abend haben Sie seine Bude auf den Kopf gestellt, und jetzt ist er samt seinen Papieren im Gefängnis von Portsmouth. Sie machen sich dünne, und der arme Teufel muss die Sache ausbaden und kann noch von Glück sagen, wenn er mit dem Leben davon kommt. Drum bin ich auch so scharf drauf, über den Teich zu kommen, sobald Sie sich absetzen?« Von Borg war ein Mann, der etwas vertragen konnte und sich zu beherrschen wusste. Jetzt aber war ihm anzusehen, dass diese Nachricht ihn erschüttert hatte. »Wie ist es bloß möglich, dass Sie Steiner auf die Spur gekommen sind?« murmelte er. »Das ist der schlimmste Schlag bisher.« »Nun, Sie hätten beinahe einen noch schlimmeren einstecken müssen. Ich glaube nämlich, die sind mir ganz schön dicht auf den Fersen.« »Das darf doch nicht der Ernst sein.« »Une ob. Bei meiner Vermieterinnen frettend drunten hat eine Erkundigung eingezogen, und als ich das gehört habe, dachte ich mir, »Junge, du musst du vorwärts machen.« Aber eins wüsste ich zu gern, Mister. Woher haben die Bullen Wind bekommen? Steiner ist nun schon der fünfte Mann, den Sie verloren haben, seit ich bei Ihnen mit von der Partie bin, und ich weiß auch schon, wie der sechste heißt, wenn ich mich nicht schleunigst auf die Socken mache. Wie erklären Sie sich das? Schämen Sie sich denn nicht, einfach so zuzusehen, wie Ihre Leute einer nach dem anderen unter die Räder kommen?« Von Borgs Gesicht lief Dunkelrot an. »Wie können Sie es wagen, so mit mir zu sprechen?« »Wenn ich nichts wagen, täte Mister, würde ich wohl kaum in Ihren Diensten stehen. Aber ich will Ihnen geradeaus sagen, was mir im Kopf herumgeht. Ich habe gehört, Ihr deutschen Politiker seid gar nicht mal so unglücklich, wenn es einem Agenten, nachdem er seine Aufgabe erfüllt hat, an den Kragen geht.« Von Borg sprang auf. »Sie wagen es, mir gegenüber anzudeuten, ich hätte meine eigenen Agenten verraten?« »Das nicht grad, Mister, aber irgendwo da sitzt ein Spitzel oder Doppelagent drinnen. Und es ist Ihre Sache, herauszufinden, wo. Ich jedenfalls lasse es nicht drauf ankommen. Für mich heißt es ab in sicherer Holland. Und zwar je schneller, desto besser.« Von Borg hatte seinen Ärger niedergekämpft. »Wir sind so lange Verbündete gewesen, um ausgerechnet jetzt in der Stunde des Sieges miteinander zu streiten,« sagte er. »Sie haben fantastische Arbeit geleistet und große Risiken auf sich genommen, und das werde ich Ihnen nie vergessen. Gehen Sie auf jeden Fall nach Holland, und in Rotterdam können Sie dann auf ein Schiff nach New York gehen. In einer Woche ist das die einzige Linie, die noch sicher ist, und Ihr Buch da packe ich jetzt gleich ein zusammen mit dem Übrigen.« Der Amerikaner hielt das kleine Paket noch immer in den Händen, machte indessen keine Anstalten es herzugeben. »Was ist mit dem Piepen?« fragte er. »Den was?« »Den Moneten. Meine Prämie, den 500 Pfund. Der Geschützoffizier ist zum Schluss verdammt aufsässig geworden, und ich musste ihm nochmals 100 Pfund in den Rachen werfen, sonst wär's Sense gewesen für Sie und mich.« »Nix zu machen,« sagte er zu mir, »und das hat er auch so gemeint. Aber mit dem zusätzlichen Hunderter war die Sache dann geritzt. 200 Pfund hat mich die Sache alles in allem gekostet, drum ist's ein bisschen viel verlangt, wenn ich es rausrücken sollte, ohne meinen Zaster zu kriegen.« Von Borg lächelte mit etwelcher Bitterkeit. »Sie scheinen keine sehr hohe Meinung von meiner Ehrenhaftigkeit zu haben,« sagte er, »dass Sie das Geld wollen, ehe Sie das Buch aus der Hand geben.« »Na ja, Mister, Geschäft ist Geschäft.« »Gut, ganz wie Sie wollen.« Er setzte sich an den Schreibtisch, füllte einen Scheck aus und rieß ihn aus dem Scheckbuch, zögerte dann aber, ihn seinem Partner auszuhändigen. »Im Grunde, Altamont, wenn es sein muss, dass wir nun in diesem Stil miteinander verkehren, sehe ich nicht ein, weshalb ich Ihnen mehr Vertrauen entgegenbringen sollte, als Sie mir,« sagte er. »Sie verstehen?« fügte er mit einem Blick über die Schulter hinzu. »Der Scheck liegt auf dem Tisch für Sie bereit. Ich fordere das Recht, den Inhalt dieses Pakets überprüfen zu können, ehe Sie das Geld an sich nehmen.« Wortlos überreichte ihm der Amerikaner das Paket. Von Borg löste die Verschnürung und entfernte zwei Lagen Packpapier. Dann saß er einen Augenblick lang sprachlos vor Erstaunen da und blickte auf das kleine blaue Buch, das vor ihm lag. Auf dem Umschlagdeckel stand in goldenen Druckbuchstaben »Praktisches Handbuch der Bienenzucht.« Nur ein einziger Augenblick blieb dem Meisterspion, um diesen merkwürdig nichtssagenden Titel wütend anzustarren. Schon im Nächsten wurde er mit eisernem Griff beim Nacken gepackt und gegen sein sich verzerrendes Gesicht oder ein chloroformgedrängter Schwamm gedrückt. »Noch ein Glas, Watson,« sagte Sherlock Holmes, die Flasche kaiserlichen Tokayas hinstreckend. Der stämmige Chauffeur, der sich inzwischen am Tisch niedergelassen hatte, schob ihm eifrig sein Glas hin. »Ein guter Wein, Holmes?« »Ein ausgezeichneter Wein, Watson. Unser Freund da drüben auf dem Sofa hat mir versichert, dass er aus Franz Josefs Privatkeller auf Schloss Schönbrunn stammt. Dürfte ich Sie vielleicht bemühen, das Fenster zu öffnen? Die Chloroformdämpfe sind der Gaumenfreude nicht eben zuträglich.« Der Safe war halb offen, und Holmes, der davor stand, war damit beschäftigt, ein Dossier nach dem anderen herauszunehmen, einen kurzen, prüfenden Blick darauf zu werfen und es dann säuberlich in von Borgs Reisetasche zu verstauen. Der Deutsche lag schnarchend auf dem Sofa mit einer Fessel um die Oberarme und einer zweiten um die Beine. »Wir brauchen uns nicht zu beeilen, Watson. Kein Mensch wird uns hier stören. Wären Sie wohl so gut, die Dienstbotenklingel zu drücken. Es ist niemand mehr im Haus als die alte Martha, die ihre Rolle mit Bravour gespielt hat. Ich habe ihr die Stelle hier verschafft, als ich anfing, mich mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen. Da sind Sie ja, Martha. Es freut Sie bestimmt zu hören, dass alles gut vonstatten gegangen ist.« Die liebenswürdige alte Dame war in der Türöffnung erschienen. Sie knickste lächelnd vor Mr. Holmes, blickte dann aber mit einiger Besorgnis zu der Gestalt auf dem Sofa hinüber. »Alles in Ordnung, Martha. Es ist ihm kein Haar gekrümmt worden.« »Das freut mich, Mr. Holmes. Auf seine Art ist er nämlich immer ein guter Herr gewesen. Er wollte mich gestern mit seiner Frau nach Deutschland schicken, aber das hätte wohl nicht in Ihre Pläne gepasst, nicht wahr, Sir?« »Ganz und gar nicht, Martha. So lange ich Sie hier wusste, war ich beruhigt. Heute mussten wir allerdings eine ganze Weile warten auf Ihr Signal.« »Es war wegen dem Botschaftsrat, Sir?« »Ich weiß. Sein Wagen hat in unserem gekreuzt.« »Ich dachte schon, er will überhaupt nicht mehr gehen. Ich wusste, das passt nicht in Ihre Pläne, wenn Sie ihn hier noch antreffen.« »Nein, beileibe nicht. Nun, es hat ja nichts ausgemacht. Wir mussten einfach etwa eine halbe Stunde warten, bis ich Ihre Lampe ausgehen sah und wusste, dass die Luft rein war. Sie können mir morgen in London rapportieren, Martha im Cadridge Hotel.« »Sehr wohl, Sir.« »Ich nehme an, es liegt alles bereit und Sie können jetzt gehen.« »Ja, Sir. Heute hat er noch sieben Briefe abgeschickt. Ich habe die Adressen wie üblich.« »Sehr gut, Martha. Ich werde Sie mir morgen ansehen. Gute Nacht.« »Diese Unterlagen da,« fuhr er fort, als die Dame verschwunden war, »sind nicht von besonderer Wichtigkeit, denn natürlich sind die Informationen, die sie enthalten, schon längst an die deutsche Regierung weitergeleitet worden. Was wir hier haben, sind lediglich die Originale, die außer Landes zu bringen, zu riskant gewesen wäre.« »Dann sind Sie also wertlos?« »Soweit würde ich nun auch wieder nicht gehen, Watson. Zumindestens können Sie unseren Leuten darüber Aufschluss geben, was drüben bekannt ist und was nicht. Ich darf Ihnen verraten, dass ein schöner Teil dieser Papiere durch mich hierher gelangt ist, und ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass die Informationen alles andere als zuverlässig sind. Es würde sehr zur Erheiterung meines Lebens abends beitragen, wenn ich erleben sollte, dass ein deutscher Kreuzer den Solent nach den von mir gelieferten Karten vermienter Gewässer befährt. Aber jetzt zu Ihnen, Watson!« Er hielt in seiner Arbeit inne und fasste den alten Freund bei den Schultern. »Ich habe Sie noch gar nicht recht bei Licht betrachtet. Wie haben Sie all diese Jahre überstanden? Sie sind ja noch der gleiche, muntere Springesfeld wie je und je.« »Ich fühle mich zwanzig Jahre jünger, Holmes. Selten bin ich so glücklich gewesen, wie als ich das Kabel erhielt, indem Sie mich baten, sie mit dem Wagen in Hartwich abzuholen. Aber Sie, Holmes, Sie haben sich kaum verändert, abgesehen von diesem grässlichen Boxbärtchen.« »Das sind so die Opfer, die man seinem Vaterlande bringt, Watson,« sagte Holmes und zupfte an dem schütteren Haarbüschel. »Morgen schon wird das Ganze nichts weiter mehr sein als böse Erinnerung. Ein Haarschnitt und ein paar andere oberflächliche Veränderungen, und ich tauche morgen im Gladridge wieder so auf, wie ich war, ehe ich diese amerikanische Nummer abgezogen. Ich bitte um Verzeihung, Watson, der klare Urquell meines Englisch scheint eine bleibende Trübung erfahren zu haben, ehe ich diese Rolle als Amerikaner übernommen habe.« »Aber Sie hatten sich doch zur Ruhe gesetzt, Holmes. Das Letzte, was wir von Ihnen gehört haben, war, dass Sie auf einer kleinen Farm in den South Downs umgeben von Bienen und Büchern ein Einsiedlerleben führten.« »Ganz recht, Watson. Hier liegt die Frucht meiner süßen Musestunden, das Opus Magnum meiner reifen Jahre.« Er nahm den Band vom Tisch und las mir den vollständigen Titel vor. »Praktisches Handbuch der Bienenzucht, nebst einigen Beobachtungen zur Sekretation der Königin.« »Allein habe ich das vollbracht. Sie sehen hier die Frucht gedankenvoller Nächte und fleißerfüllter Tage, während deren ich die kleinen Arbeitstrupps mit derselben Aufmerksamkeit beobachtet habe wie einst die Verbrecherwelt von London. Aber wie kommt es, dass Sie zu Ihrer Arbeit zurückgekehrt sind?« »Ja, darüber habe ich mich auch des Öfteren gewundert. Dem Außenminister allein hätte ich noch widerstehen können jedoch, als auch noch der Premierminister meine bescheidene Hütte aufzusuchen geruhte. Die Sache ist ganz einfach die, Watson, dass der Gentleman da drüben auf dem Sofa ein bisschen zu gut war für unsere Leute. Er war eine Klasse für sich. Vieles ging schief bei uns, und keiner verstand so recht, weshalb es schief ging. Leute wurden der Spionage verdächtigt, einige sogar überführt, aber alles sprach dafür, dass es eine mächtige und gut getarnte Schlüsselfigur im Hintergrund geben musste. Diese zu entlarven, war das Gebot der Stunde, und ich wurde heftig unter Druck gesetzt, mich der Sache anzunehmen. Sie hat mich zwei Jahre meines Lebens gekostet, Watson, aber sie waren nicht ohne Reiz. Wenn ich Ihnen sage, dass ich meine Pilgerreise in Chicago begann, in einem irischen Geheimbund in Buffalo meine Sporen abverdiente, der Polizei von Skibberin ernstlich zu schaffen machte, und so schließlich die Aufmerksamkeit eines der subalternen Agenten von Borgs auf mich zog, der mich ihm als einen vielversprechenden Mann empfahl. So können Sie sich ausmalen, dass die Sache recht komplex war. Von jener Zeit an hat von Borg mich mit seinem Vertrauen beehrt, was jedoch nicht verhüten konnte, dass die meisten seiner Pläne harschscharf daneben gingen und fünf seiner besten Agenten im Gefängnis gelandet sind. Ich habe sie nicht aus den Augen gelassen, Watson, und sobald sie reif waren, habe ich sie gepflückt. Nun, Sir, ich hoffe, Sie haben keinen Schaden genommen.« Die letzte Bemerkung war an von Borg gerichtet, der nach einer Phase ausgiebigen Prostens und Blinzens wieder still dargelegen und sich Holmes' Erzählung angehört hatte. Nun aber brach eine wilde Sturzflut deutscher Schmähworte aus ihm heraus, und sein Gesicht war ganz verzerrt vor Wut. Holmes fuhr mit der raschen Überprüfung der Dokumente fort, während sein Gefangener ihn mit Flüchen und Verwünschungen überschüttete. »Deutsch ist zwar unmusikalisch, aber ohne Zweifel die ausdrucksvollste aller Sprachen«, bemerkte Holmes, als von Borg vor schierer Erschöpfung verstummt war. »Ei sie da«, fügte er hinzu, während er mit scharfem Blick die Ecke einer Pauskopie musterte, ehe er diese in das Köfferchen steckte. »Das sollte ausreichen, einen weiteren Vogel in den Käfig zu sperren. Dass der Zahlmeister in solcher Schuft ist, hätte ich wirklich nicht gedacht, obwohl ich ihn schon seit längerer Zeit im Auge hatte. Herr von Borg, Sie haben eine ganze Menge auf dem Kerbholz.« Der Gefangene hatte sich mit etwelcher Mühe auf dem Sofa aufgesetzt und starrte mit einer eigenartigen Mischung aus Verwunderung und Hass auf den Mann, der ihn überwältigt hatte. »Das werde ich Ihnen heimzahlen, Altamont«, sagte er, jedes Wort bedächtig abwägend. »Und wenn ich mein ganzes Leben daran wenden muss, ich werde es Ihnen heimzahlen, die altbekannte holde Weise«, versetzte Holmes. »Wie oft in längst vergangenen Tagen habe ich ihr schon gelauscht. Es war ein Lieblingslied des allzu früh von uns gegangenen Professor Moriarty, und auch Kolonel Sebastian Moran soll es des Öfteren geknödelt haben. Und doch bin ich noch immer am Leben und züchte Bienen in den Southdowns.« »Holt Sie, der Teufel, Sie Doppelverräter, sie«, schrie der Deutsche, sich gegen seine Fesseln aufbäumend, und aus seinen Augen sprühte wilde Mordlust. »Nein, nein, so schlimm ist es auch wieder nicht«, meinte Holmes lächelnd. »Wie Sie gewiß aus meiner Art zu sprechen schließen können, hat es ein Mr. Altamont aus Chicago in Tat und Wahrheit nie gegeben. Ich habe mich seiner bedient, und jetzt hat er sich in Luft aufgelöst.« »Aber wer sind Sie dann?« »Im Grunde genommen tut es nichts zur Sache, wer ich bin, aber da es Sie zu interessieren scheint, Herr von Borg, darf ich Ihnen sagen, dass dies nicht meine erste Begegnung mit einem Mitglied Ihrer Familie ist. Ich habe früher eine ganze Menge Geschäfte in Deutschland abgewickelt, und mein Name ist Ihnen vermutlich bekannt.« »Den möchte ich jetzt mal hören«, sagte der Preuße grimmig. »Ich war es, der die Trennung zwischen Irene Adler und dem verstorbenen König von Böhmen in die Wege leitete, zu der Zeit, als ihr Cousin Heinrich Kaiserlicher Gesandter war. Ich war es auch, der den Grafen von und zu Grafenstein, den älteren Bruder ihrer Mutter, vor der Ermordung durch den nihilisten Kloppmann rettete. Ich war es«, von Borg richtete sich voll ungläubigen Erstaunens auf. »Tach, wüsste ich nur einen«, rief er aus. »Eben«, sagte Holmes. Von Borg stöhnte auf und ließ sich auf das Sofa zurück sinken. »Und der größte Teil dieser Informationen stammt von Ihnen«, rief er. »Was können Sie denn wert sein? Was habe ich bloß getan? Ich bin für alle Zeiten ruiniert.« »Zweifellos ist dies und das nicht ganz zuverlässig«, sagte Holmes. »Es bedürfte der Überprüfung, und dafür fehlt Ihnen eigentlich die Zeit. Ihr Admiral wird wahrscheinlich feststellen müssen, dass unsere neuen Geschütze ein Stück größer sind, als er erwartet hat, und die Kreuze vielleicht eine Spur schneller.« Von Borg packte sich vor Verzweiflung selbst an die Kehle. »Eine ganze Reihe anderer Kleinigkeiten wird wohl noch früh genug ans Tageslicht kommen. Aber Sie verfügen ja über eine Eigenschaft, die bei Deutschen sehr selten anzutreffen ist, Herr von Borg. Sie sind ein Sportsmann, und als solcher werden Sie gewiss keine bitteren Gefühle gegen mich hegen nun, da Sie, der Sie so viele Leute übertölpelt haben, zu guter Letzt selbst übertölpelt worden sind. Schließlich haben Sie Ihr Bestes für Ihr Land gegeben, und ich mein Bestes für das meinige, und was könnte denn natürlicher sein?« Und zudem fügte er nicht unfreundlich hinzu und legte dem gebrochenen Mann die Hand auf die Schulter. »Ist das immer noch besser, als von einem weniger würdigen Gegner zu Fall gebracht zu werden?« »Die Papiere sind nun bereit, Watson. Wenn Sie mir behilflich sein wollten mit unserem Gefangenen, so könnten wir uns nun wohl unverzüglich nach London aufmachen.« Es war keine leichte Aufgabe von Borg vom Fleck zu bringen, denn der Mann war kräftig und außerdem verzweifelt. Schließlich fassten ihn die beiden Freunde je bei einem Arm, und so gelang es ihnen, ihn ganz langsam die Gartenpromenade entlangzuführen, über die er nur wenige Stunden zuvor mit so viel stolzer Zuversicht geschritten war und wo er die Glückwünsche des berühmten Diplomaten entgegengenommen hatte. Nach einem letzten kurzen Gerangel wurde er, noch immer an Händen und Füßen gebunden, auf den Rücksitz des kleinen Wagens verfrachtet. Seine kostbare Reisetasche wurde neben ihn geklemmt. »Ich hoffe, Sie befinden sich so bequem, wie es die Verhältnisse gestatten,« sagte Holmes, als die letzten Vorkehrungen getroffen waren. »Würde ich mich einer Unziemlichkeit schuldig machen, wenn ich eine Zigarre anzündete und Ihnen zwischen die Lippen steckte?« Doch an den erbosten Deutschen waren alle Höflichkeiten verschwendet. »Sie sind sich doch wohl bewusst, Mr. Sherlock Holmes,« sagte er, »dass Ihre Tat, als Sie darin von Ihrer Regierung unterstützt werden, als ein kriegerischer Akt betrachtet werden muss.« »Und was ist mit Ihrer Regierung und diesen Taten da?«, gab Holmes auf die Reisetasche klupfend zurück. »Sie sind eine Privatperson, Sie haben keinen Haftbefehl gegen mich, Ihr ganzes Vorgehen ist empörend und absolut gesetzeswidrig.« »Absolut,« sagte Holmes, »Entführung eines deutschen Staatsbürgers und der Entwendung seiner ganz privaten Papiere.« »Nun, Sie schenken sich doch offenbar Ihrer Lage bewusst, Sie und Ihr Komplize da. Wenn ich es mir zum Beispiel einfallen ließe, beim Durchqueren des Dorfes um Hilfe zu rufen...« »Mein lieber Sir, wenn Sie etwas so Törichtes tun sollten, so würden Sie allenfalls etwas Farbe in die fantasielose Namensgebung unserer Dorfgasthöfe bringen, indem Sie uns das Wirtshaus zum baumelnden Preußen bescherten.« »Der Engländer ist zwar ein geduldiges Wesen, aber im Augenblick ist dein Gemüt ein wenig erhitzt, und es wäre wahrscheinlich von Vorteil, ihn nicht so sehr zu reizen. Nein, Herr von Borg, Sie begleiten uns jetzt schön ruhig und vernünftig zu Scotland Yard, von wo aus Sie nach Ihrem Freund Baron von Herling schicken lassen können, um abzuklären, ob Sie vielleicht auch jetzt noch jenen Platz im Botschaftsgefolge beanspruchen können, den er für Sie reserviert hat. Was Sie betrifft Watson, so haben Sie, wenn ich recht verstehe, vor, bei Ihrer alten Truppe wieder Dienst zu tun, und so dürfte London kein Umweg für Sie sein. Bleiben Sie doch noch ein Weilchen hier mit mir auf der Terrasse, denn es könnte gut sein, dass dies das allerletzte Mal ist, dass wir in Ruhe miteinander sprechen können.« Die beiden Freunde plauderten ein paar Minuten lang in inniger Vertrautheit und beschworen einmal mehr vergangene Zeiten herauf, während ihr Gefangener sich vergeblich bandt, um sich der Fesseln, die ihn banden, zu entledigen. Als sie sich wieder dem Wagen zuwandten, wies Holmes zurück auf das mondbeschienene Meer und schüttelte nachdenklich den Kopf. »Es ist ein Wind von Osten her im Anzug, Watson.« »Das glaube ich nicht, Holmes, es ist sehr warm.« »Guter alter Watson, Sie sind der einzige Fixpunkt in einer sich wandelnden Zeit. Und dennoch, es ist ein Ostwind im Anzug ein Wind, wie noch nie einer über England hinweggefegt ist. Es wird ein bitter, kalter Wind sein, Watson, und manch einer von uns wird unter seinem Ansturm welken. Aber dennoch ist es Gottes eigener Wind, und ein reineres, besseres, stärkeres Land wird im Licht der Sonne erstrahlen, wenn sich der Sturm gelegt hat. Lassen Sie den Motor an, Watson. Es ist Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Ich habe nämlich einen Scheck über 500 Pfund in der Tasche, der so rasch als möglich eingelöst werden muss, denn der Herr, der ihn ausgestellt hat, ist durchaus imstande, ihn sperren zu lassen, falls sich ihm die Gelegenheit dazu bietet.« Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!»